Herzlich willkommen zur Winterausgabe der REMAX News. Schön, dass Sie wieder dabei sind und das ist unser erstes Thema. Der Verkauf einer Immobilie ist eine bedeutende Entscheidung. Es gibt viele Aspekte zu berücksichtigen, angefangen bei der aktuellen Marktsituation bis hin zu persönlichen Überlegungen. Der Immobilienmarkt ist komplex und es ist wichtig, gut informiert zu sein, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Wie Sie REMAX dabei unterstützt und welche To-Dos Ihnen durch einen Immobilienmakler abgenommen werden, erfahren Sie jetzt. Der Verkauf einer Immobilie in Österreich kann herausfordernd sein. Egal ob es sich um ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück handelt, es ist wichtig, den Prozess zu verstehen und gut vorbereitet zu sein. In unsicheren Zeiten wie diesen ist die Beauftragung eines Immobilienmaklers von Vorteil. Ein REMAX-Experte in Ihrer Nähe steht Ihnen gerne zur Verfügung. Dieser wird mit Ihnen in einem Beratungstermin den aktuellen Markt analysieren und einen angemessenen Verkaufspreis festlegen. Durch die breite Palette von Marketingmaßnahmen wird die Immobilie effektiv auf verschiedensten Kanälen online und offline beworben. Der Immobilienexperte organisiert Besichtigungen, führt Verhandlungen durch und unterstützt Sie beim Abschluss des Verkaufsprozesses. Nehmen Sie doch heute Kontakt auf. Auch wenn die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit Inflation und Zinsentwicklung den Immobilienmarkt spürbar dämpfen und die KIM-Verordnung der Immobilienentwickler, die Fertighausbranche und die Baubranche insgesamt wohl nicht mutwillig, aber dafür erheblich schädigt, schaut die Welt für die Immobilienvermittlung, zumindest für die Nummer 1, anders aus. REMAX präsentiert sich als Muster an Resilienz, auch wenn die aktuellen Rahmenbedingungen dazu führen, dass sich viele Österreicherinnen und Österreicher ihren Traum vom Eigentum nicht mehr leisten können. Mehr dazu jetzt. Am heimischen Immobilienmarkt ist 2023 die Anzahl der Verbücherungen laut Immo United von Jänner bis Oktober im Vergleich zu 2022 um rund ein Viertel zurückgegangen. Dagegen bewegt sich bei REMAX in Österreich der Rückgang an verkauften Immobilien bei 12 Prozent zum Vorjahr, welches ein Rekordjahr war. Auf das Gesamtjahr 2023 umgelegt werden es rund 120.000 Immobilienverbücherungen werden. Das entspricht in etwa dem Niveau von 2017. Es gibt keinen Zusammenbruch der heimischen Immobilienvermittlung. Der Marktführer REMAX meistert die aktuellen Herausforderungen und gewinnt Marktanteile. REMAX sieht Chancen über Chancen, weil immer noch Menschen auf die Welt kommen, aufwachsen, ausziehen, zusammenziehen, umziehen und irgendwann auch sterben. In einem schwierigen Marktumfeld zählen und nützen die Erfahrungen und das Know-how der Immobilienexperten umso mehr. REMAX hat große Expansionspläne und strebt in den kommenden Jahren an, die Anzahl der Bürostandorte in Österreich von 116 auf 150 zu erhöhen. Dies bedeutet auch einen wachsenden Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. Sowohl potenzielle Franchise-Nehmer als auch Immobilienmakler und Büromitarbeiter haben die Gelegenheit, in verschiedenen Regionen Österreichs einen Neustart zu wagen. Jetzt mehr dazu. Um diese aufregende Chance zu betonen, wirbt REMAX mit dem Slogan Quer geht mehr. Es werden also Interessenten mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund gesucht, die ihre Karriere bei REMAX starten möchten. Unabhängig von der Position betont REMAX die gemeinsamen Werte, darunter Kundenorientierung, Professionalität, Integrität, Fairness, Ehrlichkeit und Transparenz. Die Werte sind entscheidend für die Zusammenarbeit im Netzwerk und sollen dazu beitragen, den österreichischen Immobilienmarkt zu verändern. Die Bereitschaft, Neues zu lernen, Interesse an Immobilien, Vertriebs- und Führungserfahrungen sowie eine offene kommunikative Persönlichkeit werden als weitere wesentliche Anforderungen genannt. Egal ob als Bürobetreiber, Makler oder Büromitarbeiter, bei REMAX steht der Kunde immer an erster Stelle. REMAX strebt danach, den österreichischen Immobilienmarkt zu revolutionieren. Möchten Sie die Vorteile der Nummer 1 nutzen? Jetzt quer einsteigen oder neu durchstarten bei REMAX. Weitere Informationen finden Sie unter remax.at-karriere. Das waren Sie, die neuesten Informationen über die aktuellen Ereignisse am Immobilienmarkt. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, Sie auch bei der nächsten Ausgabe im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Schöne Feiertage wünsche ich, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024.